nicht sein. Wir werden heute mit einem Kübel Farbe da, wo Sie das gleich sofort neutralisieren können, wenn Sie wollen. Achso, und das soll ich selbst machen. Wir unterstützen Sie dabei. Ist die Dame weiß? Ja. Ja, das ist ja. Super. Was soll ich entfernen? Wer hat das überhaupt geschrieben? Naja, das wissen wir leider nicht, aber die ist schon so lange da und wir wollen Baruch, Baruch, so bitte. Diesen hier? Ja, vor allem die stört uns. Aber das hilft? Sie können, aber, naja, da steht mega raus, wenn... Na super. Na, cool. Frechheit sowas, gell? Ja, es ist leider sehr oft in Wien und meistens wird nichts dagegen unternommen. Und deswegen haben wir jetzt, also wir dokumentieren es und bringen es auch zur Anzeige. und jetzt haben wir auch, jetzt machen wir im Urgent Action, dass man es gleich entfernen kann. Super. Wir bedanken uns sehr herzlich. Super. Wollen Sie das machen? Wollen Sie? Ich höre es aus. Komm, Baruch, der Herr möchte auch gerne noch ein bisschen. Wirklich? Schatzi, ja. Mein Mann darf das nicht sehen, gell? Ich bin ja wieder eifersüchtig. Vorsicht, dass Sie sich nicht anpatzen. Nein, das tue ich nicht. Ich werde sonst öfter was zu Hause geben. So. Und Sie sind dafür, dass das also wegkommt? Ja, genau. Genau. Drauf und runter, Herr Herbert. Nein, in dem Fall muss ich klären. Schauen Sie bitte zu lernen? Nein, ich weiß nicht. Das ist frech, das gibt's nicht. Ist das jetzt gut so? Perfekt. Sie wissen das, dass die Post Eigentümer ist, weil Sie dort untergemietet sind, sozusagen. Okay. Und ich würde es jetzt einfach bitten, dass Sie die Erlaubnis erteilen, nachdem Sie das gegenchecken, damit wir nachher zur Post gehen können nochmal und die Frau Brunner da mit einer weißen Farbe, die wir mitgebracht haben, das einfach schnell erledigt. Liebe Zuhörer, willkommen zurück. Simon, ich sehe, du hast da was. Was ist denn das? Ja, ja, bitte. Okay. Alexi, schau her. Mein Julius, ist das eine neue Supermarktkette? Mein Julius ist ein Zeichen, oder unsere Art und Weise, wie wir Julius Meiner als Handelskette für Kolonialwaren verstehen. Eigentlich ist es so, dass Julius Meiner hat ein Maskottchen, oder? Und das Maskottchen existiert seit mindestens 200 Jahren, glaube ich. Und das ist ein kleines, schwarzes Kind, der sich so gebückt hat. Und der natürlich diese Position des Dieners, das heißt, der Schwarze ist immer ein Diener. Seit ich in Wien bin, das stört mich. Kann man das denn Herrn Meindl anbieten? Vielleicht könnte er das austauschen? Das wäre nicht schlecht. Das wäre ein schönes politisches Zeichen in der Stadt. Ich schaue jetzt rüber zu meinem Telefon. Die Leute rufen noch immer an, deswegen schmeißen wir noch eine Nummer rein. Alexi, bitte sehr, such dir eine Nummer aus. Musik ist immer tanzbar. Sie haben den Bekan, die Frau von Besitzer aufgelenzt. Du bist enormерig. Jetzt